Es begab sich aber zu einer Zeit, als eine Pandemie Erlenbach fest im Griff hatte. Da machte sich auf, eine kleine Gruppe das Krippenspiel in diesem Jahr zu retten. Bist du dabei? Schreibe uns eine kurze E-Mail an ev.krippenspiel-erlenbach-at-web.de Der Anmeldeschluss ist am 20. November 2020. Wir sammeln eure Anmeldungen, verteilen die Szenen Corona-konform und schicken euch die Regieanweisungen. Jetzt seid ihr wieder dran. Geht am besten mit euren Eltern raus und dreht eure Szenen. Ihr könnt dafür eine Kamera bei uns ausleihen. Seid kreativ und habt Spaß dabei. Dafür habt ihr ungefähr zwei Wochen Zeit. Nutzt am besten vorhandene Verkleidungen und Requisiten. Bei Bedarf helfen wir gerne weiter. Eure Aufnahmen gebt ihr uns auf einem USB-Stick oder eine SD-Karte. Dann haben wir alles zusammen, um den Krippenspielfilm zu schneiden und bringen ihn euch pünktlich zu Weihnachten als DVD nach Hause. Wir freuen uns auf euch! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020